Holzscheiben haben wir da oben, äh, Glasscheiben natürlich, nix Holzscheiben hier, ey, Holzscheiben, so sieht das krass geil aus, oder sieht das krass geil aus? Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge vom Blog Network hier auf meinem Kanal, ähm, ja, da hat mich grad schon irgendwie sowas begrüßt und ich weiß auch ganz genau, wer das ist, Leute, okay, das Schild backt anscheinend, schreiben wir da mal wieder was drauf, würde ich mal sagen, la 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 la, oder so, und, ähm, ja, jetzt muss ich mal eben einmal kurz zur Uhr gucken, deshalb nehmen wir jetzt einfach mal auf, und, ähm, ja, ich nehm jetzt mal ein bisschen mit, ähm, einem, mit, mit DxTory auf, ähm, ich wollte da mal ein bisschen rumprobieren, weil ich halt die Aufnahmetaktik hier ein bisschen geändert habe, und, ähm, ja, ich würd mal sagen, da der Kika ja mal wieder so ganz ein lustiger Mensch war, gehen wir jetzt erstmal zu dem nach oben, gucken mal, was der hier so gebaut hat in seiner, mit seiner Ruine hier, was ist denn hier passiert, aha, und wie kommt man da jetzt rein, das frage ich mich hier gerade, hm, wow, 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 okay, das war jetzt mal wieder ein krasser, vor ihm ein Bruch, was ist denn das hier, was ist denn das hier für eine Porno-Bude, wir stellen dem hier einfach mal, Alter, hier hat der schon Kistenlager, ich muss mal eben kurz terminieren, hat der hier schon Kistenlager aufgebaut, äh, ach genau, warte, ähm, Radar aus, äh, nix Radar hier, Radar wäre Hacking, hm, was ist denn bei dem kaputt gegangen, äh, Alter, wie hat der denn aufgenommen, hier legen wir uns erstmal in sein Bett, würd ich mal sagen, hm, hm, und dann, der hier so eine Brücke rüber gebaut, noch ein Ei, ich würd mal sagen, dann nehmen wir uns mal ein bisschen was von seiner Erde, wohl, nee, dann nehmen wir uns nichts von seiner Erde, sondern wir nehmen uns was von unserer Erde, ich würd mal eben kurz welche, dann, dann wird hier erstmal richtig hart fett, oder wir reißen uns hier einfach mal ein bisschen was ab, merken tut das eh nicht, so, wir machen hier erstmal seinen Landschaft, es wird so ein klein bisschen kaputt, so, weil dieser Penis, der denn da in mein Haus reingebaut hat, den fand ich nun auch gar nicht so toll, deswegen gehen wir jetzt einfach mal bei, ne, weißt du was, dann machen wir hier einfach mal ein bisschen Trolling, dann graben wir hier so ein paar Kisten zu, gehen mal eben hier hin und setzen vor seine Tür so einen ordentlichen, nee, warte mal, der muss weg und, willst du dich jetzt mit mir hier anlegen, oder was, nicht mal vernünftig ausleuchten kann, der KiKaTV, alter, langsam reicht's doch, aber hier echt noch nicht mal vernünftig, oh, das müssen wir gleich in seine Kiste hier mal eben tun, so, oder wir, wir packen das einfach in eine Kiste rein, dann wird er schon finden, so, nee, wir packen das oben in die Kiste rein, aber ich glaube, jeder von euch kann den Sprichwort Rache, das Sprichwort Rache ist süß, so, gut, verdient, und dann bauen wir hier nochmal, so, was, mehr Rache, braucht auch nicht sein, das hat schon für ihn gereicht, äh, so, und dann gehen wir hier mal wieder runter, und ab nach unten, ey, ich baue nämlich diese Folge gleich mal, ah, Gott, Creeper, fuck doch drauf, fuck doch drauf, YOLO, 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 ich will nix von euch, ach, Gott, ey, Tür, geh zu, so, weil hier hat er, glaube ich, hingeschrieben, der böse Kika hat da bestimmt auch irgendwas hingeschrieben, und ich meine, wer soll es sonst gewesen sein, ne, wenn nicht er, wer sonst, und Rache muss sein, so, dann packen wir jetzt erstmal den Lehm, den nehmen wir jetzt hier nochmal eben, und packen den in unseren Ofen rein, wie spät haben wir, okay, so, ähm, ja, so, dann lassen wir das hier Ganze, das Ganze mal eben laufen hier, packen wir uns mal wieder hier in unser Bett, weil ich will ja nicht bei dem spawnen da drüben, wenn ich sterbe, ey, noch schöner, so, da drüben, da hier steht ein Skelett, so, das töten wir jetzt als allererstes mal, ey, die sind hier immer so am abwätschen, die, Viecher, ey, voll nervt, und ich hoffe, euch gefällt die Musik, die ich in den Hintergrund gepackt habe, ich finde sie super, mir gefällt sie gut, deshalb hoffe ich auch euch gefällt sie gut, weil, ich finde sie schön gechillt, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, hm, weiß ich nicht, ah, das gefällt mir noch nicht so ganz gut hier, das Ganze, hm, das sieht mir noch zu mehr, zu viel nach, wir machen hier bis nach unten Bodenfenster rein, würde ich mal sagen, hm, Holzscheiben haben wir da oben, hm, äh, Glasscheiben natürlich, nix Holzscheiben hier, ey, Holzscheiben, so, sieht das krass geil aus, oder sieht das krass geil aus, hm, da oben muss noch, umgekleidet werden, hier müssen wir, immer da, die ganze Bergbude noch ein bisschen verschönern hier, so, zack, 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 ja, und ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt hier mal, eben kurz ein Part alleine auch, weil ich gerade Bock hatte, ein bisschen aufzunehmen hier, alle, ja, super, weil wir ja gerade, äh, zwei Tage frei haben und so, und dann, ist vorproduzieren immer ganz angenehm, weil dann, kann man einfach, hochladen, und hat schon was vorproduziert, sagen wir es mal so, dün 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 d Okay, so. Pass auf, jetzt töten wir das Skelett da hinten nochmal. Ich brauche mein XP wieder. Scheiße. Das war ein kluger Schachzug. Und die treffen auch immer. Das frage ich mich auch. Wie machen die das? Wieso treffen die immer so? Ist doch scheiße, ist das doch. So. Ähm, wo war denn mein Eisen? Da sind 61 Eisenbahnen. Dann nehmen wir uns davon mal eben kurz das ab. Nehmen wir uns ein paar Sticks. Craften uns eine neue Schauer. So, und ein neues Schwert hier. So, das raus. Eisenschwert, Junge. So, zack, 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 zack. Das ist mir jetzt aber doch ein bisschen zu laut. So. Gut, ähm. Ähm, weil ich hasse es, wenn die Musik manchmal so laut anfängt. Ist doch nervig. So. Ähm. Ja, man sieht, dass ich mein Minecraft wieder, äh, äh, einmal neu aufsetzen musste. Ich weiß gar nicht, was ich da rausgemacht hab. Oder reingemacht hab. Kevins Gasthütchen. Hm, sieht doch stylisch aus. Pet ist pet. Stimmt. Schreiben wir mal ein Schild drunter. Stimmt nicht. Aber. Ne, ne, ne. Sieht mir, sieht sehr nett aus hier. So. Ähm, hab ich den Waypoint hab ich dementsprechend auch nicht mehr. Das war dämlich, die, äh, Jar zu löschen. Aber. Ist ja egal. Dann gehen wir einfach hin und bei und machen einfach einen neuen Waypoint hin. schon hat sich die ganze Angelegenheit hier auch wieder erledigt. So. Machen wir hier M. Wegpunkt. Neuer Wegpunkt. Home. Äh, ne. Pets. Berg. Bude hieß der ja. Tief Farbe wählen. Machen wir hier einfach mal irgendwie so. Ne, das sieht scheiße aus. Nehmen wir hier mal den. Fertig. Oh, ich liebe das. Ne, ich liebe Zans Minimap. Also, ich find die, find die besser als die Reis Minimap. Dementsprechend, ne. Mh. Ich bin grad so ein bisschen am überlegen. Das muss zu der Seite auf jeden Fall auch noch erweitert werden, mein Hütchen. Das hier muss dann mal eben kurz weg. Das stört mich hier gerade voll. Dass das hier so, so ungerade ist. So, hier muss ich auf jeden Fall noch Terraforming betreiben. Dann gehen wir hier mal hoch. Und hier nach hinten muss ich auch noch buddeln, damit da, ähm, ne Dings da, wo es da hinkommt. Ne, ähm, wie heißt denn das? Wie heißt denn das? Wie heißt denn das? Damit da ne, ähm, Farm oder sowas hinkommt für Essen. Können wir gleich mal anfangen. Wo war denn hier das Loch? Muss ich einfach zugemacht haben. Ah, hier. Super. Gut. Gucken wir jetzt einmal kurz. Ach so, warte, das wollte ich ja ausmachen. Ähm, Details. Ähm, wo konnte man das denn ausmachen? Ähm. Höhenmodus aus. Genau. So, damit wir mal eben einmal kurz schauen können. Wie man denn, wie weit das denn hier noch geht. Weil ich muss hier jetzt definitiv nur ein Stück rein. So, das sollte, glaube ich, reichen. So, mir gefällt das hier auch noch nicht so. Das muss, darf nicht so ne Schlafkuhle werden. Beziehungsweise, das darf nicht so werden, weil mich, äh, weil das sonst alles ungerade wird. Asynchron und sowas. Also das finde ich gerade nicht so berauschend. Gut. Was nicht passiert. Machen wir das einmal wieder zu. Niemand hat es gesehen. Hm. Die Bergbude gefällt mir eh, ähm, allgemein noch nicht so gut. Aber da, es dauert noch ein bisschen, bis sie mir gut gefällt, wahrscheinlich. Hm. Müssen wir das hier nochmal eben einmal kurz abreißen hier. So. Zack, zack, zack. Oh fuck. So, zack, 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 zack. So. Ähm. Weil ich hab mich auch gerade eben gar nicht erkundigt, wie viel die anderen schon aufgenommen haben im Voraus. Äh. Ich hab jetzt einfach gerade angefangen aufzunehmen, wie so ein verrückter hier. Keine Ahnung. Ich hab gerade einfach übelst Bock. So. Jetzt brauche ich noch drei davon. So. Äh. Boah. Was wollte ich jetzt noch holen? Essen. Genau. Wo, wo hab ich denn das hingetan? Da haben wir es. Boah. So. Boah. Das sieht gefällt mir nicht. Nächstes. Ich hab hier heute mal ein bisschen Web. Äh, äh, Web. Ja, genau. Da sieht man mal wieder Pads verpeilt halt. Ähm. Ich mein natürlich kein Web, sondern, ähm. Nimm, 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 nimm. Wo, Rock. Ähm. Und, ja, Rock hab ich mir heute ein bisschen reingetan. Kein Web, ey, Gott. Mann. So. Dann reißen wir das hier auch noch raus. Die ganzen Wände hier. Alles muss hier verschwinden. So, 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 so. Hier auch noch alles aufgraben. So. Zack, 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 zack. Nam, 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 nam. Ja, ah, lecker, 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 ja. Das sollte auch noch weg. So, ähm. Dann kommt das Bett hier auch erstmal weg. Das gefällt mir hier noch nicht in der Ecke so. Reißen wir hier jetzt in der Ecke den Berg noch weiter auf, würde ich mal sagen. Und dann kommt hier so ein, so eine Wand hin. Pass auf. So, das machen wir jetzt hier ganz stylisch. Bauen hier so eine, so eine Wandabtrennung hin. Wir bauen hier aber jetzt nicht alles aus Cobblestone. Ey, das sieht auch zu schräg aus. Ähm. So, dann lasse ich das jetzt erstmal offen. Und dann bauen wir hier so eine langen Wände rein, wo wir Kisten hin bappen, würde ich mal sagen. Äh, habe ich Fackeln dabei? Nein, habe ich natürlich nicht. Ich hoffe, ihr könnt hier überhaupt noch irgendwas sehen. Also, ich sehe noch gerade ein bisschen was auf meinem Bildschirm. War nun auch nicht so unbedingt viel. So. So, ich mache jetzt mal hier ein Lied von hier an. So. Mal kurz. So. So, 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 so. Nam, 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 nam. Hm, das, 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 das. Zack, zack, zack. So. Und weiter alles hier abreißen bis zum Abwinken. Wir machen hier richtig harte Abreißparty. Scheißparty. So. Ich glaube, schon wieder so ein Scheiß, ne? Echt. Aber anders sollte man das von mir ja noch nicht mal mehr gewöhnt sein. So. Und ich sehe gerade da, die Folge jetzt schon wieder voll ist. Ähm. Stell ich mich mal hier so auf die Kante. Ne, besser nicht. Ich stelle mich lieber irgendwo hier hin. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und Tschüss. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.